Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du möchtest Videos in deinem Marketing einsetzen und fragst dich gerade eben, hey, warum soll ich mit HeyTobi zusammenarbeiten? Hier sind drei Punkte. Wir gehen ganz auf dich und deine Story ein. Weil mit deiner Story in deinen Videos wirst du deine Kunden begeistern. Außerdem stelle ich mir sicher, dass deine Inhalte auf deine Zielgruppe abgestimmt sind. Sie werden informativ und unterhaltsam sein, aber auch einen Mehrwert bieten. Darüber hinaus wirst du deine Video-Inhalte auf den verschiedensten Social-Media-Plattformen benutzen können, wie YouTube, LinkedIn, Instagram, sogar als Podcast. Und wenn du jetzt sagst, du hast ja richtig Bock drauf, mit HeyTobi zusammenzuarbeiten, dann klick hier unten auf den Button drauf, kontaktiere uns und ich freue mich von dir zu hören.